Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Star Stable Online Adventskalenders. Ja, heute haben wir schon den 21. Dezember. Es neigt sich langsam dem Ende zu. Gestern hatten wir das zweite Set, könnte man sagen, an Hintergrundbildern für PC bzw. Laptop, Tablet und Handy. Und ich bin gespannt, was sich heute hinter Türchen Nummer 21 verbirgt. Ich tippe doch mal ganz klar darauf, dass dieses Mal nochmal ein Ingame-Gegenstand auf uns wartet. Aber lassen wir uns überraschen. Hier unten ist die 21 am linken Hinterhof und drin ist... Ah, die sind ja schön. Festtagsgamaschen. Kein Pferd sollte während der Festtage kalte Beine bekommen. Mit dem heutigen Geschenk sollte dein vierbeiniger Freund gegen Jorwigs kälte gewappnet sein. Und der Gutscheincode lautet... Oh Gott, jetzt muss ich erstmal... Hole... Was? Hole grabs? Heißt das Hole grab? Gamasche? Auf Englisch? Ich würde ja sagen Hole grab. Mit einer 0 als O, einer 3 als E und einer 4 als A. Ich hoffe wirklich, man spricht es so aus. Ich finde die total schön. Das sieht so aus mit Klettverschlüssen und hier diese Schneeflocke drauf. Ich mag diesen Stil sowieso sehr gerne. Und die sehen mit Sicherheit auch Ingame sehr, sehr schön aus. An Daydream kann ich es euch diesmal nicht zeigen, denn beim Tinker sieht man ja leider die Gamaschen nicht wegen dem krassen Fesselbehang. Aber auch heute bekommt ihr natürlich das Ingame-Item noch wieder zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Gamaschen und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie gefallen sie euch denn? Ich muss sagen, mir gefallen sie wirklich gut und ich bin gespannt auf eure Meinungen. Du möchtest wissen, wie man einen Gutscheincode einlöst? Dann klick doch einfach links das Video an. Du hast einen Gutscheincode verpasst oder möchtest einfach mal sehen, was es so alles gibt? Dann klick auf den Schriftzug Gutscheincodes in der Mitte. Und rechts findest du meine Let's Plays zu Star Stable. Vielen Dank fürs Zuschauen!